Da oben haben die ne Base, da oben haben die ne Base. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Kommt mit, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ja, das ist direkt da vorne. Oh, das ist eure alte Base auf dem Berchtel gewesen. Nein, 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 das da vorne, die sind da vorne auf diesem riesigen Feld. Yo, meine Brotkastenfreunde. Und willkommen zu vielleicht... Eine der spannendsten Hör auf auf mich zu ziehen. Folgen von... Was? Okay, gut. Was man munkelt, das könnte eine sehr spannende Folge werden. Ey, Illuminaten, unter dem Schaf fehlt Graf. Geilomatico. Brudi? Brudi? Neue Nudeln! Hey zusammen! Yo meine Kartoffelfreunde! Yo meine Kartoffelfreunde! Ja okay, wir sollten uns jetzt vielleicht mal ein bisschen konzentrieren. Also absolute, absolute Stelle bitte! Abs- absolute Stelle! Die Broadcastengang wird schon alles. Dum 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 dum! Da 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 da! Wir sind das A Team! Das A Team? Wir sind das B Team! Wir sind die B-Gang! Was? Das klingt falsch! Hat jemand die Waffenbox mitgenommen? Ich würd gern noch ein paar Magazine machen! Gib mal bitte! Gib mir doch auch mal! Für die MP44? Ja bitte! 1,2,3,4,5! Ich hab fünf Magazine gemacht! Dann schmeiß mal ein paar rüber! Zwei sind hier! Also wir gehen jetzt erstmal zum Spawn oder was? Nimmst du die mit? Wir gehen jetzt zum Spawn! Und von der Haus gehen wir dann weiter! Ich kann die auch oben im Inventar lassen! Das juckt nicht! Ja, Richtung Dome Space! Und Yannick! Mit K! Mit scharfem K! Warum laufen wir jetzt eigentlich jedes Mal mit dem anderen Team rum? Warum? Das ist mir auch schon aufgefallen! Oh geil! Domse macht das über Combat Logging! Da ist der Spawn! Oha! Oha! Es wird zu sparen! Ich find irgendwie den Spawn haben wir voll gut gemacht! Genau, komm! Ey, den Spawn haben wir richtig schön gemacht, find ich! Der Spawn ist richtig neid! Und Domse findet den scheiße! Pfff! Domse hat auch keinen Geschmack! Hast du mal sein Gesicht gesehen, Alter? Ja, der hat auch keine Freude! Das sieht aus wie ein Brotkass! Oh, das Schaf ist grad vom Baum gesprungen! Übrigens, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute kommen und bei Dominik kommentieren! Ja, die beleidigen euch und so! Nein! Das ist alles nur Spaß! Wer meint's ernst? Schippers! Der Trudan hat das Licht gesehen! Trudan ist blind! Nein, du musst doch das mit Kaugummi schreiben! Kaugummi schreib ich dann gleich! Achso! Achso, okay! Alles klar! Ja, weil ich auch unter meinem Dip von eben, von den Nachos eben auf einmal Kaugummi hatte! Ähm, lol! Habt ihr euch hier reing... Achja, das wart ihr bestimmt? Ja, das wart ihr. Als ihr gestorben seid? Okay, gut! Komm mir nicht hoch! Achja, die Folge hab ich ja gesehen! Ich kann mich... Ja, soll ich nicht hoch schießen? Das war ein Spaß! Oh nein! Ich will nicht vor... Abgestürzt aber! Komm mit... Er ist runtergefallen und hat sich ausgelockt! Komm! Fick! Minecraft ist abgeschmiert, oder? Mhm! OpenGL Error! Jaja, stand direkt auf die Nvidia Seite! Läuft! Kann ich euch... Warte mal, warte mal, warte mal! Ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen! Aber, äh, erschreckt euch nicht! Würdet ihr mal kurz warten? Ah! Ihr Homos! Dölid, ich find dein Skin so geil! Ja! Nichts gegen Homos! Das Gesicht ist mir! Ist mir! Ist mein Gesicht! Schwein! Hat jemand Cobblestone mitgenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, 55! Ja, mach mal einen Ofen! Einen Ofen! Dann hab ich noch drei Steaks für euch! Weil ich dann noch drei Steaks für euch habe! Achso! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind hier oben! Hier oben? Ah, da! Ich seh euch! Ich komme! Verbiss dich da! Tomse duftet! Nach Lavendel! Nach Totem! Nach Kaugummi! Wer auch immer möchte, kann sich die Steaks wegnehmen! Ich hab so paar neue! Ich hab mal ne geilere Idee! Hihihihi! Hihihihihi! Auch den Aufzidien! Krieg ich eigentlich meine Diamantenspitzhacker da zurück? Nein! Penis, Penis! Da! Danke dir! Ist da schon Holz mit drin? Ne, ist es in Ordnung? Äh... Also wo Südost... Genau... Ja! Richtung Südost! Was macht ihr da? Mann, da fehlt noch was. Okay, Leute. Ist das schon Cobblestone? Cobblestone ist noch nicht... Mach doch den Pegamenes, jetzt lasst anfangen. Kommt, Leute, lasst gehen. Hier fehlt Holz. Der Pegamenes. Ihr seid so schlecht. Ja, jetzt kommt. Ich würde gerne wissen, wie weit man genau gucken kann. Dann kann ich das einschätzen, auf welche Distanz ich zoomen muss, weißt du? Willst du dich nicht noch hinhängen? So ein bisschen auch noch... So Jesus-Style. Ja, genau. Du musst Christentum in Dreck ziehen. In Dreck. Ich bin Jesus, du stehst da hinter mir, siehst du ein Riesenkreuz. Warum renne ich eigentlich vor? Könnt ihr mal vor? Respekt stille. Wieso lauft Dölith vor? Marcel, lauf du mal vor. Nein, wir haben nur noch... Ihr habt mehr Leben als wir. Wie gesagt, wenn Dölith stirbt, dann werde ich nicht weglaufen. Wir wollen heute K98 schießen, ey. Nein, machst du nicht. Nicht so wie letztes Mal. Schieß doch auf das Schaf, obwohl nein, die wissen. Ja. Mhm. Wir gehen Wasserfall runter, hoch. Hat's bei euch auch gerade geleckt? Nein. Nö. Aber du solltest aufhören, Fotzen zu lenken. Warum sollte ich damit aufhören? Das ist doch geil. Ihr wärst besser, wenn ihr mir folgt. Ich weiß, wo wir langen müssen. Okay, gut. Dann geh du vor. Haben wir jetzt vielleicht einen Sniper? Können wir vielleicht einen Sniper gewinnen? Ja, ich hab K98. Achso, hast du. Okay. Aber du hast keine Arbeit, keine Antwort, nicht die Sniper-Version davon. Achso. Nur die... Nur diese... Nur diese Einschuss-Ding? Ohne Visier halt. Jetzt hat die Folge bei euch allen gesperrt. Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch extrem aufgeregt, weil ich bin gespannt, wie das... Ich überspiele meine Nervosität mit dummem Gerede. Wie fühlst du dich da, David? Y-M-C-A-B-dö-dö-dö-dö. Ja, lass uns mal alle nebeneinander stellen. Wieso, geht's so los, dann? Okay, nein, wir brauchen sonst noch 10 Folgen. Ui, ui. Wieso bist du der Polizist? Leute, Leute, was ist da unten? Wieso ist da so was... Das ist richtig schwarz in dem Loch da unten. Was ist das da? Oh, das ist richtig schwarz. So spät wie der Helikopter? Oh. Da oben haben die ne Base, da oben haben die ne Base. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Kommt mit, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ja, das ist direkt da vorne. Oder ist das eure alte Base auf dem Berg da gewesen? Nein, 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 das da vorne, die sind da vorne auf diesem riesigen Feld. Sparage, guck mal nach links. Nach links auf dem Berg, da drüben. Siehst du den? Ja. Wo ich hingucke, da oben ist ne Base. Ist das eure gewesen? Nein. Dann sind die da oben, dann sind die bestimmt da oben. Dann lass uns mal hier so... Ja, aber wir müssen doch... Aber ich seh das nicht. Ach, ich spiel ja auch nicht auf Far. Ja, spiel mal... Mach mal so weit wie es geht den... Ja, wo mach ich das? Wo mach ich das? Wo mach ich das? Äh, Optionen, Videoeinstellungen, dann... Sichtfeld? Sichtfeld. Nee, nicht Sichtfeld. Auf wie viel? Ähm, Render Distance. Auf so hoch wie es geht. 16 oder 32. Quake Pro steht da bei mir. Ist doch egal, aber da... Nicht Base. Ihr seht auf jeden Fall die Base da oben, ne? Bei mir näht grad die Welt neu. Hi, Domso sieht aus. Er sieht uns, er sieht uns. Okay. Okay, jetzt... Oh Gott. Ich seh nicht. Wo ist er? Ich seh nicht. Jetzt kommt er bestimmt von hinten. Ja, ich hab grad schon... Wir müssen in alle Richtungen gucken, Leute. Die ficken uns trotzdem. Wehe, du machst Combat Logging. Wo seid ihr? Oh, so ein Hurensohn. Nein, er weiß, dass wir hier sind. Der weiß es. Ich weiß nicht, ob... Sollten wir weitergehen? Sneakt, sneakt, sneakt. What? What is it? What is it? What is it? What is it? Was ist mit dir? Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Wenn jetzt so eine Sniper haben und mir einen Headshot geben, ne? Was ist das? Die sind da drü... Ich weiß nicht, ob sie da oben sind in dem Haus. Wollen wir da hochgehen? Oder wollen wir das nicht riskieren? What the fuck? What the fuck? Oh. Leute, du kannst nachladen, obwohl du... Du solltest vielleicht erst mal deine Waffe nachladen. Nein! Ich hab einfach auf R gedrückt. Du kannst durchgängig nachladen. Ja. Dann verlierst du alle deine Marzige-Magazine. Mar-Mar-Marzige? Echt? Ja. Oh. Jetzt hast du nur noch eins. Nee, kann mir jemand ein bisschen Eisen geben? Ich brauch ein Magazin. Sonst sind Pferde. Dölid, kannst du mir vielleicht was zu essen geben? Wisst ihr, wie wir richtig Hate kriegen würden? Was war das? Das war mein Pfeil. Alter. Das war eine Panzer-Pfeil. Wie kriegen wir Hate? Ähm, wenn einer von uns am Spawn wartet. Oh. Nee, ich hab das. Müsste eigentlich einer von euch machen. So, ich geh mal zum Spawn. Tschüss. Tschüss. Kann mir einer von euch bitte vier Eisen geben und die Waffenbox da hinstellen, bitte? Ich hab schon mal zwei für dich. Ich hab kein Eisen. Alex, hast du Eisen? Oh, ich hab die Waffenbox. Nee. Ich brauch vier Eisen, jetzt hab ich nur zwei. Vielleicht find ich hier ja was. Also so gesehen, wir sind ja da, ne? Wir sind da. Ja, sind wir auch an der Stelle. Ja, da vorne ist die Stelle. Da vorne ist doch, seht ihr nicht die Base gegenüber? Also bin ich der Einzige, der die sieht? Nee, ich seh die auch. Weil bei mir lädt da hinten die Welt nicht. Ja, dann lass uns. Dann müssen wir aber in die Richtung gehen, ungefähr. Also ich seh sie nur so halb. Oder ist das so gebaut? Keine Ahnung. Komm, Eisen. Eisen. Oh, Stripmeister wieder? Nee, nee, nee. Ja, sollen wir jetzt an... Es gibt doch ein Fernrohr hier, oder? Sollen wir jetzt Hate abkriegen, oder nicht? Nein. Nein. Aber lass jetzt, ich würd jetzt gern trotzdem da hochkriegen. Ach, Mann. Great, was war deine Optifantasse? Äh, Steuerung. Komm, dir mal bitte. Komm mal mit hier links an den Rand vom Berg. Komm mal hier runter. Jo. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass dieses schwarze Loch... Die Waffenkiste stehen lassen, oder was? Hä, wieso nicht? Ja, bau sie ab. Brauchen wir doch eh nicht, oder? Was machst du da unten? Lauf noch nicht so weit weg alleine. Sag mal, bist du bescheuert? Mach, ich bin bescheuert. Ich hab Angst vor diesem schwarzen Loch. Ich hab Angst, dass die da drin sind, vielleicht. That's what she said. That's what she said. Ich hab Angst vor diesem schwarzen Loch. Ich hab Angst, dass die da drin sind. Decken sich. Ach, ja. Ja, gut, komm. Jetzt einfach drauf. Los, Attacke. Soll ich mal einen Schuss abnehmen? Nein. Nee, du machst nix. Lass mal von da hinten. 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 Lass mal von da hinten langsam ran, du. Komm mal runter jetzt. Oh, ich hab immer noch 6 Deaks. Pass immer noch auf, dass ihr keine Namensschilder hinter irgendwie bergen oder sowas seht. Wir sollen keine sehen? Okay. Augen zu. Nein, das ihr welche seht halt. Die sind da oben. Das ist auf jeden Fall eine riesengroße Holzmauer da oben. Ich weiß nicht, ich glaub, das soll uns auch nur ablenken vielleicht. Kann auch sein, ja. Das ist so typisch Domse. Erstes Mal hier. Wer war das? Ich nicht. Nein. Oh, Mann. Wurrens. Du Rundag. Dafür sollte ich dich als mein Teampartner abknallen. So, dass ich... Alter, mir ist grads Herz stehen geblieben. Ich dachte, okay, jetzt ist es, jetzt, 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 jetzt ist es vorbei. Keiner würde sch... Aber ich glaub, Domse ist jetzt richtig paranoid. Dann hätte ich wieder... Deswegen wollte ich hier einen Schatz machen mit der Sniper. ...draurige Musik eingeblendet. In seine Richtung. Der Baum da links ist unrealistisch, der Fette. Auch deren komischer Baum war unrealistisch. Alter, jetzt hör'n wir mal auf. Ey, wir müssen, wir hätten... Wir hätten ohne Scheiß auf 1.8 spielen müssen. Wieso? Da droppen Schafe essen. Ja, wäre so gut. Aber, äh... Ja, guck mal, guck mal, wie viel... Das da oben ist gar kein Haus. Das ist nur eine Riesenwand. Das ist nur eine Mauer. Aber, wach... Hä, ich hab 1, 2, 3, 4, 4, 5... Ich hab doch noch alle Magazine, du Spasti, alter Bixer. Wollte dich nur verwirren. Über deine Mutter. Okay. Was ist jetzt lieb, Alter? Ja, sind wir jetzt überhaupt da? Die haben sich... Die haben sich bestimmt wie bei Bloody Cave eingegraben. Wer finde das überhaupt? Bixers. Ich durfte die Felge von Bloody Cave gucken, weil sie da... Weiß, was das allen erlaubt hat. Ich könnte schwören, die haben sich vielleicht irgendwo eingegraben. Vielleicht sind die genau da oben drauf. Ich glaube, dass er uns damit ablenken will. Bestimmt beobachten, die uns gerade... Der kommt gleich so wie aka Michael Jackson aus der Erde so. So, Thriller. So Thriller, ne? Genau so. Ja. Er joint da noch bei uns rein und dann... Folgenende. Nicht dein Ernst. Was? Das kann doch nicht... Das war doch keine Folge. Oh komm, da... Das ist Jason. Okay. Nicht mal 15, Mensch. Miesen. Miesen. Hä? 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 Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, schlechter Unterhaltung, Kartoffelsanat und dicke Mutis. Bis schneller. Wie телä? Sei с EST. istlesanat. Ich will,料거든. Wie telä? Ära. Ära. Ja. Char闔 In.